Wir sorgen für mehr Lebensqualität. Unser ambulanter Pflegedienst unterstützt Pflegebedürftige und ihre Angehörigen bei der Pflege zu Hause. Er bietet Familienunterstützung und Hilfe im Alltag. Die ambulante Pflege ermöglicht Betroffenen, in der vertrauten Umgebung zu bleiben. Das Leistungsangebot unseres ambulanten Pflegedienstes erstreckt sich über diese Bereiche. Behandlungspflege und medizinische Versorgung als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung, wie zum Beispiel Medikamentengabe, Verbandswechsel oder Injektionen. Körperbezogene Pflegemaßnahmen, wie etwa Körperpflege, Ernährung und Förderung der Bewegungsfähigkeit. Pflegerische Betreuungsmaßnahmen, zum Beispiel Hilfe bei der Orientierung, bei der Gestaltung des Alltags oder auch bei der Aufrechterhaltung sozialer Kontakte. Hauswirtschaftliche Versorgung, wie Kochen oder Reinigen der Wohnung. Sozialtherapeutische Leistungen, das sind individuelle Hilfen zur Altersversorgung, Hilfe im Umgang mit Ämtern und öffentlichen Stellen. Serviceleistungen, unter anderem der Mahlzeitenservice, auch genannt Essen auf Rädern. Beratung bei pflegerischen Fragestellungen, bei der Vermittlung von Hilfsdiensten oder der Organisation von Fahrdiensten und Krankentransporten. Erstklassigkeit beginnt bei unseren Mitarbeitern. Neben der fachlichen Qualifikation legen unsere Mitarbeiterinnen großen Wert darauf, in welcher Art und Weise sie den hilfsbedürftigen Menschen begegnen. Wir tun, was wir lieben, für Menschen, die lieben, was wir tun. Aktuell betreuen unsere Mitarbeiter 500 aktive Kunden in der ambulanten Pflege rund um Hanau. 26 Fahrzeuge sind dafür unterwegs. Wir führen monatlich 300 Pflegeberatungen durch und beliefern täglich 160 Adressen mit unserem Menüservice, Essen auf Rädern, auch an Wochenenden und Feiertagen. Ein warmes und schmackhaftes Drei-Gänge-Menü frisch zubereitet. Testen Sie unsere Kompetenz und das Spezialwissen, das Sie in dieser Fülle nur beim ambulanten Pflegedienst Mainterrasse bekommen. Unsere Pflegeberatungsstellen finden Sie in Hanau und Hanau-Steinheim. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Für Jacqueline dänVorde